Hallöchen und willkommen zurück hier zu GTA Online. Heute wieder mit allen Jungs da. Könnt ihr mal alle Hallo sagen, wenn euch schon mal dabei sind. Hallo. 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 So, wir spielen heute jetzt als allererstes mal ein sehr interessantes Race, das war von mir erstellt. Das sieht man allein schon am Titel und der Beschreibung, weil die ist viel ausführlicher. Nämlich das Chilliard Hill Race. Von hoch hinaus geht's tief hinab und wieder zurück. Von der Spitze eines Berges geht's über den steinigen Pass zum Highway und zurück. Und ich hab Musik an dem Hintergrund. Dann mach's nicht ausgeschaltet. Nein. Also Creative Commons Musik mal von den Alchemisten. Die ja auch pegantisch GTA Online spielen. Nicht wahr? Oh. Aha. Bereit zum Spielen. So, auf wen wetten wir denn? Luca Dora ist ein Noob und ja, BO2-Gamer. Ja, ja. Gut. Ähm. Läuft bei uns. Starten wir. Ich setz jetzt ganz viel Geld auf meinen eigenen Arsch, du Spaß. Ja, so ein Pisser. Hast du eigentlich gemerkt, dass du der Einzige warst, der gelacht hat? Ja. Ja, ja. Was weißt du, wie ich jetzt lachen werde, wenn ihr flucht? Ich glaube, das merkt der immer, weißt du. Aber es geht ihm eigentlich am Arsch vorbei. Ich hab die schlechteste Karre ever, Alter. Ohne Witz. Dankeschön fürs Anschubsen. Ach, danke, man. Alter. Alter. Unschön. Unschön. Du bist aber auch nicht so gut, Alter. Komm mal runter. Verpiss dich. Ess mich. Alter. Wow. Kamikaze. Ja. Scheiße. Ah. Okay. Das, äh... Dominik, sieh zu, dass du Land gewinnst. Scheiße. Alter. Habt ihr den komischen Rosanen im Cheater am Graben gesehen? Der fällt ja böse Cheater. Alter. Ich. Ich war auch Cheater. Ich weiß, was dir im Korb der Zunge liegt, Dominik. Ich weiß es. Alter. Ohne Scheiße. Darf ich den Spruch sagen? Ohne Scheiße. Nur Schwule fahren Cheater. Und dann auch noch Rosa, weißt du? Ja, mal ein Klischee. Dann auch noch Rosa. Seit wann rammen wir uns denn gegenseitig von der Straße? Verhaltig, dass du gedacht hast. Obst du ein Riesen-Digger? Yo. Live bei dir. Nein, Marvin, du und Henry haben die kleinen Eier hier. Das ist alles schon festgelegt worden. Die Wand, genau. Im letzten Völkchen von Geert. TWA Online. Nein, das würde ich jetzt einfach mal nicht so sagen. Also, äh. Nein. Nein. Mach's gut. Mach's gut. Wir sind uns auf Ziel. Ach, Schöße. Erstmal fett Unfall bauen. Yallah. 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 Gott sei Dank habe ich nur 500 auf mich gesetzt. Ich habe 500 auf Marvin gesetzt, Alter. Marvin, mach mich stolz. Marvin ist kein Experte in diesem Rennen. Das ist ja egal. Du auch. Ich bin in allem Experte. Ich bin Allrounder. Du bist Allrounder meiner Mutter, Alter. Boah. Ah, nicht schon wieder, Alter. Nicht schon wieder. Ganz ehrlich, ist nicht mehr cool. Du bekommst Xbox-Verbot, wenn ihr das hört. Ich bin nicht mehr cool. Du bekommst Xbox. Juhu, Alter. Micha, du kriegst Xbox-Verbot, auch wenn ich 40 Kilometer weg wohne. Ah, ja. Ich werde es mal Nicole morgen sagen, Alter. Pssst, sag doch nicht auch noch den Vordernal meiner Mutter. Zu spät. Zu spät. Alter, bin ich weit weg, ohne Scheiß. Dann sag ich es halt irgendwo. Was willst du ihm sagen, genau? Ich biete ihm einfach 500 Euro, damit du deine Xbox wegkriegst. Wo nimmst du die 500 Euro her? Wo nimmst du die 500 Euro her, bitte? Oh, die habe ich auf dem Sparkonto, mein Freund. Ja, 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 die sind ja auch dafür wert genug, weißt du. Einfach dafür. Davon wollte ich eigentlich schulden mitzahlen und mit dem Fernseher kaufen, aber für dich. Aber für mich. Naja. Nächste Runde übrigens kein Cheater mehr, weil Cheater ist scheiße. Ich laufe doch. Also, kann mich nicht beschweren. Ich meine, ich fahr Cheater und bin Erster. So, wer war das? Ich bin schlecht. Rasten halt mich, rasten. Ich meine. Bring mich um. Es war er. Nein, na, na, ich? Nein. Wer hat denn das Level die Sa... Nein. Und im Wasser, Alter. Das gibt's doch gar nicht. Da fährt sich besonders... Bei Roller. Leichwerbung, Nokenfuffi. Also, wenn wir für jedes Mal Schleichwerbung einen virtuellen Fuffi in die Kasse schmeißen. Ja. Mensch, da brauchen wir gar nicht mehr Let's Plane. Mars, Snickers, Hanuta. Mann, Loll. Alter, man kann's doch übertreiben. Läuft bei dir. Lotto... Wollen wir übrigens mal was ankündigen? Lotto informiert. Diese Woche... Was? Alter. Was wollen wir dann ankündigen? FuboCraft? Oh, jetzt hab ich's schon gesagt. Ach ja, genau. FuboCraft. Ein schöner Minecraft-Sendung. Können wir ja... Können wir ja einfach mal so... Äh... Intervenieren. Wird schon mal ein Let's Show oder irgendwas hier wie... Ja, ein Let's Show kann man schon mal machen, ne? Ich hab sogar die alte Map noch von FuboCraft. Oh, Leute, soll ich euch mal was erzählen? Erzähl. Alter, los. Meine Brate im Rennen ist so schlecht gewesen, dass ich für einen 500-Dollar-Einsatz gerade 4.700 abgerufen habe. Rennt bei dir. Viel Versager. Ach, das ist ja schon Ende des Rennens, Alter. Mann, bin ich schlecht. Um Gottes willen. Ein Eddy-Game von 24.01 schaut so. Rennt bei dir. Das ist mein Bruder. Übrigens, das ist mein Bruder. Sollen wir dem auf den Sack gehen? Würde ich sagen. Ja. Los geht's. Wenn du das hörst, du kleiner Pisser, du bist im Let's Play dabei. Hochgepushter Hurensohn, Alter. Du hast gerade Mare gedisst. Nein, ich habe nicht Mare gedisst, das war, das ging an alle. Der starke Kluftkönig. Oder Warte. Oder fürs Def-Match unten rechts. Denk ich auch noch nicht. Habe ich hier auch dran gedacht. Def-Match. Nein. Def-Dev. 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 Pisser, Alter. Und wir gehen alle natürlich Mare ins Bruder, Ordnungsgekont, auf den Sack. Shotgun, weißt du, Shotgun. Der BW ist auf freien Modus gegangen. Ich nicht. Wenn, wenn dann dein Bruder. Ja, dein Bruder. Er weiß schon, was auf ihn zukommt. Hat er sich verpisst? Oh, ey, war ein Lappen. Wir machen mal eine schnelle Runde. Ja, ansonsten. Könntest ruhig, äh, 25 Kürz machen, weil, äh, streck mal die Folge noch ein bisschen. Ja, kommt hin. Zeitlimmel, bist du klar. Er ist ein Lappen. Er ist einfach ein Lappen. Nie wieder der Luka Dora, ey, ansonsten. Lappen. Ach, wo wir schon mal bei Schleichwerbung sind. Abonniert Luka Dora 2010. Ah, mein Link ist eh in der Beschreibung, das weiß ich genau. Woher weißt du das? Der Schleichwerbung. Woher, woher weißt du das genau? Simpel. So, warte mal, BO2, geh mal. Weil unsere YouTube-Kanal-Links immer brav in der Beschreibung stehen. Zack, wer? Der Dora. Der bei dir Let's Plays hochladen wird. Tja. Falls es zum Herauskommen dieser Folge nicht schon passiert ist. Tja. Also, wenn du bis morgen was aufgenommen hast, dann, äh. Nee, Quatsch bis morgen. Nee. Also, diese Folge kommt theoretisch, lass mich planen. Also, ich muss spätestens Sonntag irgendwas geschickt haben. Mittwoch, Freitag, das kommt bis so, ja. 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 Ich geh auf Kamikaze, Alter. Kamikaze. Hey, 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 hey. Hey. Hallo. Lol. Na super. Ich weiß, ich war auf dem Radar. Hey, I just met you. Gut, so lange hab ich auf BO2-Gamer gesetzt, Alter. Rennt, rennt, rennt bei ihm. Er oder der Crazy. Also, da ist, äh. Da bist du ja ziemlich sicher, ne? Da, dafür steh ich mit meinem Namen. In der Tat. In der Tat. Oh Gott, nein. In der Tat. Halt die Fresse jetzt, ganz ehrlich. An diesem Punkt ist es nicht mehr witzig. Doch. Ja, doch, irgendwie schon. Was machst du denn? Schön, dass du schnippen. Ja, du Penner, ich hab dich mitgenommen. Aber es ist mir egal, Alter. Ich hab dich ge- geht. Alter, wie so ein kleines Mädchen freut er sich immer, weißt du? Immer. Tja, das kommt daher, weil er kleine Eier hat. Ja, das ist doch so. Und dann sagt er das immer über andere, weißt du? Oh, 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 oh. Ich höre Schüsse. Hab ich nöt. Nein. Wollte man das Tatsan spielen, ey, bisschen true, äh, blöd oder was? Wow, 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 nein, nein, nein. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Hey, da sitzt einer auf dem Dach. Nein. Doch, jetzt, äh, ha, 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 ha. Huhu. Nein, 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 nein. Nein, nein. Auf keinen Fall. So. So gar nicht. Lois. Heute ist nicht mein Dach. Heute rennt nicht so bei dir. Ich hatte kein Leben mehr. Ja, weil ich dich weckle vorlass das eigentlich. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Komm schon, komm schon, komm schon. Alter. Nein. Kann man sich auch mal aufregen, weißt du? Ich sammel immer dein Geld. ARSCH GEFICKT AAAAAAAA So ein Wichs, Alter. Oh, du Scheiß. Ah, schön. Jetzt ist es soweit. Jetzt habe ich mich auf meinen Sitz gehockt. Ja, jetzt ist es soweit, weißt du? Jetzt geht's wieder los. Aua. Ja, jetzt. Aua, jetzt fäck ich dich. Alter. Ich fick dich auseinander. Alter. Dick dich weg, du Homofirsch. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Sonst kann ich wieder, ich stehe die Eier. Alter. Hör schwingen, du. Du Homofirsch. Na, wer kennt das Video? Alter, so ein Pisser. So ein Pisser in der Schießter. Das ist... Hör. Hör. Gibt's auch ein schönes Video zu... Erkzundus, er schießt auf mich. Erkzundus, er schießt auf mich. Alter. So ähnlich war das. Ja, so ähnlich ist das hier. Ach, Mann. Ihr seid mir alle so scheißegal. Alles Lappen. Alter, hab ich dich getötet. Alles Lappen außer Mama. Loll. 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 Die Schwarzen, ne? Die siehst du, Mann. Alter. Loll. Alter. Sechs Skills, Junge. Geh erstmal alle Schwarzen beleidigt. Wir meinen natürlich nicht die Allgemeinheit, sondern nur... Crager. Natürlich. Fuck you, bitch. In diesem Let's Play vertritt er natürlich die Allgemeinheit. Britney, bitch. Das ist nicht fair. Ich hätte wenigstens erstmal von der Leiter gehen können. Fick dich! Ich kann ja gleich meinen Super Song nochmal spielen. Du Spast! Ich muss mir eindeutig mehr Sounds holen. Arsch gefickte! Homo. Hey. Hey, du. Scheiß, scheiß. Wuchtet ihr. Scheiß, scheiß. Wuchtet ihr. Arsch gefickte! Homo. Du Wichser. Hab ich nur gewonnen hier. Hab's auch verloren. Ich bin heute Väter, aber was läuft? Ja, ja, ja. Was? Was ist hier nur los? Du bist Zweiter! Yeah! Du bist Väter. Erstmal ausrasten. Ich bleib dabei, ne? Arsch gefickte! Homo. Ah, Contentverstöße, weißt du? Muss. Muss. Gönn dir. Contentverstöße. Copyright to Julians Blog. Nicht, dass wir wirklich nur einen auf dem Pinsel kriegen. Ist schon passiert, ey. So. Hat ja richtigen Namen gehabt, die Folge. Die Folge ist vorbei. Ja. Und damit sage ich, äh, tschüss durch, ne? Ja. Wenn euch unsere Folge gefallen hat, wie immer... Meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren. Ja bitte. Du musst deine Kopf. Äh, alle Links in der Videobeschreibung. Ja. So wie es sein sollte. Bis dann. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.